Herzlich Willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute möchte ich dir zeigen, wie du dir aus einer Zitrone eine kleine Batterie bauen kannst. Zunächst bereiten wir unseren Zitronen etwas vor. Ich rolle diese etwas auf einer harten Unterlage, sodass die etwas saftiger innen drin werden. Und danach schneide ich eine kleine Stelle aus der Schale ab, so kann diese später nicht mehr wegrollen. Das wiederhole ich mit allen 5 Zitronen. Im nächsten Schritt wollen wir nun unsere Nägel polieren. Ich habe hier 5 Zinknägel, 5 Kupfernägel und zur größten Not noch 5 größere Zinknägel. Die packe ich beiseite erstmal. Und ein Schleifpad, dieses erhältst du zum Beispiel im Baumarkt oder beim Gaswasser in Slatera zum Beispiel. Mit diesem Schleifpad können wir nun die Nägel von etwas Rost und Dreck halb befreien. Und somit können die mehr Spannung erzeugen, bzw. Ionen abgeben. Dazu aber später mehr. Wenn man einen polierenden Nagel und einen nicht polierenden Nagel nebeneinander hält, erkennt man sehr gut, was dieses kleine Schleifpad für Dreck runterholt, bzw. für eine Oxidationsschicht löst. Bestücken wir zunächst eine Zitrone mit einem Kupfer und einem Zinknagel. Es ist darauf zu achten, dass die Nägel weit genug reingesteckt werden, so dass diese nicht von alleine wieder rausfallen können. Daher habe ich besonders lange Nägel gewählt. Wollen wir also nun die Spannung in dieser Zitrone messen. Wir müssen erstmal definieren, was Plus- und Minuspol ist. Da Kupfer das edlere Metall ist und somit seine Elektronen abgibt an das unedlere Metall Zink, bildet Kupfer den Pluspol und Zink den Minuspol. Mit meinem Messgerät messe ich also nun knapp 1 Volt bei einer Zitrone. Bestücken wir also nun die restlichen Zitronen mit den Nägeln, um ein paar weitere Experimente durchzuführen. Zuerst hatten wir eine Zitrone gemessen mit 1 Volt, also knapp 1 Volt. Nun schalten wir unsere 5 Zitronen in Reihe. Das heißt, wir verbinden jeweils einen Zinknagel mit einem Kupfernagel und dann wieder den Zinknagel mit dem Kupfernagel und so weiter. Und wir erhalten dann unsere Reihenschaltung, wobei sich dann die Spannung in diesem Falle irgendwie ja verfünffachen sollte. Da wir hier mit Naturprodukten arbeiten und jede Zitrone ja doch irgendwie anders aufgebaut sein wird, erreichen wir natürlich nicht immer den gleichen Wert pro Zitrone. Das heißt, wenn wir jetzt unsere 5 Zitronen in Reihe geschaltet haben, erhalten wir knapp 5 Volt, genau gesagt 4,87 Volt. Zunächst wollen wir eine kleine gelbe LED anschließen. Die gelbe LED hat eine maximale Betriebsspannung von 2,5 Volt und einen Betriebsstrom von 20 mA. Diesen erreichen wir mit 3 Zitronen. Jedoch kann die LED ihre volle Leuchtkraft nicht entfalten. Unten links siehst du die gleiche LED im LED-Tester. Als nächstes wollen wir nun eine kleine blaue LED verwenden. Die blaue LED hat eine Betriebsspannung von 4,5 Volt. Wir benötigen also 4 Zitronen dafür. Man sieht ganz gut, dass auch die blaue LED nicht so hell leuchtet, wie das Original im LED-Tester. Wollen wir nun einmal eine Alternative probieren zu den Kupfernägeln und Zinknägeln. Ich verwende hier einfache Unterlegscheiben, die es für knapp 22 Cent im Baumarkt gibt und ein 5 Cent Stück. Nachdem ich also den Kupfernagel und den Zinknagel entfernt habe, schneide ich mit einem scharfen Messer einen Schlitz in die Zitrone, um dann jeweils eine Unterlegscheibe und eine 5 Cent Münze hineinzustecken. Das mache ich auch mit einer zweiten Zitrone. Und dann schauen wir doch mal, wie viel Volt wir aus diesen Zitronen dann entlocken können. Schließen wir nun unsere beiden Zitronen in Reihe. Das haben wir bei den Nägeln ja auch schon gemacht. Nun schließen wir an die verzinkte Unterlegscheibe den Minuspol an und an die 5 Cent Münze den Pluspol. Wenn ich jetzt das Messgerät angeschlossen habe, dann messe ich ca. 0,8 Volt, welches deutlich weniger ist als mit den Nägeln, wo wir knapp 2 Volt erreicht haben. Zum Schluss möchten wir eine Kartoffelbatterie bauen. Der Aufbau ist identisch mit den Zitronen. Hier verwende ich jedoch wieder die Unterlegscheiben und die 5 Cent Münzen. Ich schneide also wieder in die Kartoffeln kleine Schnitte rein, um die Münzen bzw. Unterlegscheiben dort hineinzustecken. Danach werden die Kartoffeln in Reihe geschalten und auch hier schließen wir wieder unser Messgerät an, um zu schauen, wie viel Strom eine Kartoffel bringen kann. Nachdem die Kartoffelbatterie an das Messgerät angeschlossen ist, messe ich eine Spannung von maximal 0,7 Volt. Und dann wird die Kartoffelbatterie an das Messgerät angeschlossen ist, und dann werden die Kartoffelbatterie an das Messgerät angeschlossen ist,